Auch im dritten Jahr der Pandemie sind noch viele Fragen rund um das Coronavirus ungeklärt. Da ist beispielsweise die Infektionslotterie. Wer steckt sich an und wer nicht? Wer bleibt von einer Infektion verschont? Da gibt es viele verschiedene Theorien. Ist es schlicht Glück? Hat es mit der Virendosis, die man abbekommt, zu tun? Oder mit dem gegenwärtigen Status und Zustand des Immunsystems? Wahrscheinlich spielen alle diese drei genannten Faktoren eine Rolle. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt und das ist die Blutgruppe. Schon ganz zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 gab es Studien, Beobachtungen dazu, gab es Hinweise, dass manche Blutgruppen vor einer Infektion und wohl auch vor einem schwereren Verlauf schützen, andere hingegen eher anfällig machen. Es ist offenbar so, dass die Blutgruppe 0 protektiv ist, also vor Ansteckung und schwerem Verlauf schützen kann, die Blutgruppe A und auch die Blutgruppe B und AB hingegen nicht. Eselsbrücke, Blutgruppe 0, 0 Ansteckung, Blutgruppe A, A wie Ansteckung. Ganz so einfach ist es nicht. Es geht nicht um 0 und 100, sondern es geht um einen relativen Schutz und ein relatives Risiko. Zu den Zahlen komme ich gleich später noch. 0 und A sind besonders relevant, weil das mit Abstand die beiden häufigsten Blutgruppen in Deutschland und in Mitteleuropa sind. Beide jeweils mehr als 40 Prozent der Menschen haben entweder Blutgruppe 0 oder Blutgruppe A. Deswegen spielt Blutgruppe B und AB nicht eine so große Rolle, obwohl auch Träger der Blutgruppe B und AB ein etwas höheres Risiko für die Ansteckung haben als beispielsweise Blutgruppe 0. Die Hinweise haben sich also vermehrt und jetzt gab es im Jahr 2022 noch eine französische Studie, die gezeigt hat, wenn Partner, die gemeinsam im Haushalt leben, wenn einer von denen infiziert ist, dann stecken sich Träger der Blutgruppe A oder auch AB oder B in 47 Prozent der Fälle an. Wenn jemand hingegen die Blutgruppe 0 hat, dann steckt er sich nur zu 27 Prozent an. Also das ist nicht alles oder nichts, nicht 0 oder 100, aber doch ein deutlicher Unterschied zwischen 47 und 27 Prozent Ansteckung, sodass eine gewisse Schutzfunktion der Blutgruppe 0 davon ausgegangen werden kann. Jetzt gibt es drei verschiedene Erklärungsmodelle dafür, warum die Blutgruppe 0 einen gewissen Schutz bietet. Nummer 1, das ist, dass die Blutgruppe, die man hat, dann bildet man Antikörper gegen die anderen Blutgruppen. Also wer Blutgruppe 0 hat, der bildet in seinem Blut Antikörper gegen A und B. Diese Antikörper gegen A und B, die helfen offenbar dabei, dass das Spike-Protein, also die Andockstelle von dem Virus, mit dem es an die Wirtszelle andockt, an den Rezeptor, dass diese Interaktion behindert wird, blockiert wird. Das ist also nicht so gut gelingt, dass das Virus an die Wirtszelle andocken kann und also die Zelle und den Menschen infizieren. Das ist ein Mechanismus, der wurde übrigens schon 2008 beschrieben, beim ersten, beim frühen SARS-Virus, bei SARS-CoV-1. Das ist ein sehr plausibler Mechanismus, wie das funktionieren könnte. Der zweite Grund ist, dass man zwar weiß, dass das Spike-Protein über den ACE-Rezeptor, also ebenfalls ein Protein, an die Wirtszelle andockt, aber dieser ist von Zuckermolekülen umgeben. Und da gibt es bei Trägern der Blutgruppe A bestimmte Zuckermoleküle, die das Andocken erleichtern, die es also dem Virus leichter machen, die Zelle zu ändern, zu infizieren und damit insgesamt zu einer Infektion zu führen. Das ist der mögliche zweite Mechanismus, wie das erklärt wird, dass Blutgruppe A anfälliger für Infektionen macht, Blutgruppe 0 hingegen nicht. Der dritte Mechanismus, der angeführt wird, ist hingegen, dass Träger der Blutgruppe 0 über eine Art, ja evolutionär bedingt, über ein älteres Immunsystem noch, über Reste von einem älteren ursprünglichen Immunsystem, verfügen, Ancestral Immune System wird das auf Englisch genannt. Und dazu gehören größere IgM-Antikörper. Das ist so eine Art Vorhut, eine Vorhut der eigentlichen Immunabwehr, die aber auch eine gewisse Schutzfunktion ausübt. Und diese Vorhut führt dazu, dass Träger der Blutgruppe 0 auch noch einen gewissen Extraschutz haben, weil dieses Ancestral Immune System, also dieses ältere Immunsystem, die Reste davon, über die verfügen Träger der Blutgruppe A oder B oder AB eben nicht. Also das sind drei Gründe auf molekularer, auf zellulärer Ebene, die erklären könnten, warum die klinische Beobachtung und die Beobachtung von vielen Ärzten, die eben gucken, welche Patienten sind denn anfällig oder nicht, dass das eine Rolle spielt, welche Blutgruppe man hat und warum die Blutgruppe 0 offenbar besonders günstig ist, wenn man über die verfügt. Aber nochmal, sie bietet keinen absoluten Schutz. Es gibt auch viele Menschen, die sich trotz Blutgruppe 0 mit Blutgruppe 0 angesteckt haben. Und die anderen Faktoren, also wie viele Viren bekommt man ab, wie gut ist das Immunsystem geschützt und letztlich auch Glück und Zufall spielen eine Rolle, das sind eben auch Faktoren, die wichtig sind dafür, ob man eine Corona-Infektion bekommt oder eben nicht.